Am Freitagabend startet die neue Zweitligasaison und ich glaube die wird es wirklich in sich haben und natürlich gibt es aufgrund dessen wie gewohnt meine Saisonprognose, welches Team am Ende auf welchem Platz landen wird und ich würde sagen, ich habe Bock und fangen wie gewohnt von hinten an und gehen dann weiter nach vorne. Auf Platz 18 ist für mich Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Sie haben trotz Aufstieg 5 Stammspieler und Leistungsträger verloren mit Gürleien, Eze, Mrovca, Wurz und jetzt gerade doch noch Hollerbach und das zu ersetzen ist echt schwierig. Auf der anderen Seite haben sie mit Mathisen, Betzner, Günther und Jonjic auch sehr preiswert wieder die verlorengegangene Qualität wieder reingebracht. Dennoch glaube ich nicht, dass sie sich jetzt allzu krass verbessert haben, was gerade als Relegationsaufsteiger schon nötig gewesen wäre und so glaube ich, dass sie trotz Kautzinski als Trainer, der jetzt auch nicht der Zweitliga-Unerfahrenste ist, am Ende wieder absteigen werden. Auf Platz 17 ist für mich Eintracht Braunschweig. Sie haben kadertechnisch klar an Qualität verloren, allen voran mit Ferrai und auch Benkovic, dessen Laie ausgelaufen ist. Ansonsten hat man entweder Erfahrung wie mit Griesbeck oder Talent wie mit Joe Gomez oder Rajon Philipp dazugeholt, aber es fehlt meiner Meinung nach an den Spielern im besten Alter. Und so ergibt sich ein Gesamtbild aus Kader, aber auch Trainer nach dem unnötigen Wechsel nach der Saison von Thiele auf Hertel, der mir ein ungutes Gefühl gibt und mich die Eintracht wie letztes Jahr als Absteiger tippen lässt im schweren zweiten Jahr in der Liga. Platz 16 ist bei mir tatsächlich der 1. FC Nürnberg. Kommt jetzt vielleicht für viele überraschend. Ich persönlich sehe sie halt leider wieder unten drin. Die Trainerbesetzung mit Christian Fjell sehe ich kritisch. Kadertechnisch hat man den quasi einzig guten Spieler aus der Vorsaison mit Dua für viel Geld verkauft. Die Transfers waren eigentlich gut mit Gürlein und Marquez für die Innenverteidigung und Hayashi als Stürmer per Laie, von dessen Einschlagen auch so ein bisschen die Saison abhängt. Dennoch sehe ich einige im Kader stark overrated und im Zusammenspiel mit der Trainerbesetzung glaube ich an eine erneut schwierige Saison für den Klub. Laut der Prognose jetzt halt eben letztendlich mit der Relegation nach unten. Auf Platz 15 ist für mich ein weiterer Aufsteiger und zwar der VfL Osnabrück. Sie haben mit Schweinsteiger einen aufstrebenden Trainer, der noch viel lernen muss, aber schon durchaus starke Ansätze gezeigt hat. Beim Kader hat man mit Simakala und Raure zwei der wichtigsten Spieler der Vorsaison verloren und dann eben auch noch Köhler. Gerade letzteren konnte man aber mit Talhammer recht gut ersetzen bzw. sogar upgraden, während Raure mit Rückkehrer Aydini gut ersetzt wurde. Die Scorer von Simakala will man auf mehrere Schultern verteilen mit den offensiven Neuzugängen Kehl, Magrides, Conte und Wried und Verhoog für das Sturmzentrum als erfahrene Zweitliga-Stürmer. Zudem konnte man für das Tor mit Lennart Grill eine sehr gute Option ausleihen und ist somit gut für den Abstiegskampf aufgestellt, wo ich sie vor Mitaufsteiger Wiesbaden sehe. Auch aufgrund der starken letzten Rückrunde, wo sie in der Rückrundentabelle der dritten Liga erster waren und daher sehe ich sie knapp nicht als Absteiger und mal schauen, was passieren wird. Auf Platz 14 ist bei mir Hansa Rostock. Trainer Schwarz hat sie letztendlich noch gerettet und wird in der kommenden Saison auf Malone, Fröde, Verhoog und Van Drongelen verzichten müssen. Aber die Neuzugänge können sich auch echt sehen lassen mit Christian Kinsombi, Vassiliadis, Bachmann, Hüsing, Rossipal, Sabret Singh von Bayern und Van der Werf per Laie aus Paderborn. Insgesamt sehe ich gerade im Mittelfeld einen hochwertigen Zweitliga-erfahrenen Mannschaftsteil, gerade auch in der Breite. Ansonsten ist es halt eher so Mittelmaß und so tippe ich sie, klar nicht als Absteiger, aber schon unten drin, weil die anderen Teams halt noch bessere Kader haben, letztendlich auf Platz 14. Einen Platz vorne dran sehe ich den SV Elversberg. Sie konnten als Drittligameister alle wichtigen Spieler beisammenhalten, im Gegensatz zu Osnabrück und Wiesbaden, bis auf Voltemade halt, der per Laie zurückkehrt und haben halt dennoch gut darauf aufgebaut, mit Boyamba, Martinovic und Sicker, neben Königstransfer Wahid Fagir, der als Laie vom VfB Stuttgart kommt. Mal abgesehen von den Neuzugängen, denke ich, dass sie durch die Eingespieltheit wieder direkt zu Beginn überraschen können und werden dann letztendlich auf Platz 13 im Mittelfeld landen, nachdem man in der Rückrunde nicht mehr ganz so viele Punkte holt. Aber ich glaube, sie werden letztendlich nicht allzu viel mit dem Abstieg zu tun haben, aber mal schauen. Holstein Kiel sehe ich auf Platz 12, denn die haben einen durchaus großen Umbruch zu bewältigen. Reese ist als absoluter Leistungsträger weg. Kapitän Wahl, zudem weitere Spieler wie Lorenz, Mühling, Ruid und Ignowski sind ebenfalls weg. Mir fehlt es jetzt vor allem an Erfahrung und Führungsspielern im Kader. Auch wenn die Neuzugänge qualitativ sehr gut sind, mit Rote Perlaie, Simakala, Johansson und vor allem Machino aus Japan wird einer der besten Transfers werden fürs Sturmzentrum. Insgesamt ist es aber dann halt doch echt schwer einzuschätzen. Sie könnten überraschen oder enttäuschen, sind halt insgesamt echt eine Wundertüte. Ich habe sie jetzt mal auf 12 eher schlecht angesiedelt, aber mal schauen könnte gut, aber auch schlecht werden, wie gesagt. Auf der 11 habe ich die Spielvereinigung Kreuter Fürth und die gehen in die erste volle zorniger Saison und müssen vor allem im Mittelfeld die schweren Abgänge von Christianzen und Raschl kompensieren. Ob dies klappt, ist schon eher eine Wundertüte mit den Verpflichtungen von Wagner, Konsbruch und Kiyomot Soklu. Dennoch konnte man sich gerade offensiv weiter verstärken mit Lemperle und Sribeni, während Laigabe Jon aus der Vorsaison mit Chalanulu ersetzt wird. Man hat also definitiv das Potenzial zu überraschen. Ich persönlich sehe sie aber letztendlich dennoch nur auf Platz 11, könnte aber auch durchaus höher sein. Ich weiß es halt nicht, es gibt halt viele bessere Teams und die kommen jetzt alle noch. Auf Platz 10 ist für mich dann eben der 1. FC Kaiserslautern. Keine schmerzhaften Abgänge stehen neben guten und sinnvollen Neuzugängen mit Ache, Raschl, Elvedi und Puchac. Das zweite Jahr in der Liga wird schwer, aber der Kader ist ehrlich gesagt noch besser aufgestellt wie in der Vorsaison. Mal schauen, ob sie sich spielerisch steigern können. Sie sollten durch ihre Heimstärke allerdings nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und wieder mal stark in die Saison starten und dann ist auch nach vorne eigentlich echt viel möglich. Auf Platz 9 kommt bei mir dann eben schon Hertha BSC. Viele werden es vielleicht überraschen so früh, andere nicht. Ich habe sie jetzt mal auf 9 gepackt. Weg sind Gangkamp, Tussar, Mittelstädt, Schigerzi, Jovetic, Boetius, Plattenhardt und Boateng. Geholt hat man Gersbeck, Reze, Brevliak, Dudziak, Lukoki, Leisner und Dardai. Dennoch wird sich weiterhin noch viel zwangsläufig verändern und verändern müssen. Auf Zugangs- wie Abgangsseite. Was aber halt alles nach Saisonstart noch geschehen wird und somit nicht mehr in diese Prognose einfließen kann. Stand jetzt sehe ich die Lage sehr prekär. Und selbst bei den richtigen Transfers würden diese nur sehr spät getätigt werden. Und aufgrund des Chaos sehe ich, wenn dann, nur ein Gelingen zum Ende der Saison hin. Also, dass man sich eben zum Ende hin viel mehr steigern wird. Aber der Anfang wird auf jeden Fall schon so ein bisschen wackelig werden. Ob Dardai der beste Trainer für eine Liga ist, in der man selbst das Spiel machen muss, kann ich auch noch nicht wirklich hundertprozentig sagen. Und so tippe ich die Hertha nur so weit hinten. Aufgrund der vielen Ungewissheiten. Auch dahingehend, inwiefern jetzt die Jugendspieler eine Soforthilfe auf Zweitliganiveau sein können. Das sind für mich einfach zu viele Fragezeichen. Auch wenn der Kader an sich natürlich schon eine enorme Qualität hat. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht nicht. Mal schauen, wir werden es in einem Jahr sehen. Auf Platz 8 kommt bei mir Magdeburg. Nach schwacher Hinrunde letztes Jahr hat man eine starke Rückrunde gespielt mit Tietz als Trainer und nun auch noch überragende Transfers getätigt, was mich halt eben positiv stimmt. Verlassen haben sie Quateng und Müller in die 1. Liga. Verstärkt haben sie sich hingegen mit Arslan, Ygoné, Hoti, Pollasbeck, Nollenberger, Amaechi und man hat Ito fest verpflichtet. Ich sehe auf jeden Fall großes Potenzial in dem Kader und traue ihnen viel zu. Aber für wirklich ganz oben reicht es glaube ich mit dem Kader und der Spielweise leider nicht. Ich sehe sie daher hier eben im oberen Tabellenmittelfeld auf Platz 8. Ich hatte sie auch schon ein bisschen höher, aber die Qualität der folgenden Mannschaften ist dann halt doch zu gut, als dass ich sie noch höher packen könnte. Platz 7 ist für mich Hannover 96. Nach der enttäuschenden letzten Saison ist mit Bayer nur einer der wenigen Leistungsträger weg. Transfertechnisch hat man starke Arbeit geleistet mit den Verpflichtungen von Essay, Arembi, Christiansen und natürlich gerade mit Halstenberg, der sie auf ein neues Niveau heben könnte. Dennoch sehe ich andere Mannschaftsteile noch als zu unkonstant an, als dass es dieses Jahr für den Aufstiegskampf wirklich reicht, könnte mich aber auch täuschen, gerade nach der starken Vorbereitung. Auf der 6 ist für mich Düsseldorf, denen ich eigentlich sogar ein bisschen mehr zugetraut hätte nach der letzten Saison. Aber sie haben jetzt halt eben mit Klara, Kovnacki und auch Karpovnik wichtige Spieler verloren und geholt hat man halt eben nur Vermey und Engelhardt von Freiburg 2. Und die erste Elf unter Trainer Thun sieht weiterhin stark aus und kann auch wirklich ganz oben mithalten. Allerdings sieht es in der Kaderbreite eher schwach aus und so sehe ich die Fortuna über die volle Saison nicht ganz oben mit dabei, aufgrund der Transfers, weil man halt einfach für die Breite des Kaders zu wenig gemacht hat. Zumindest bis jetzt. Könnte sich natürlich noch ändern, ich bezweifle es, aber dann wäre halt eben die Saison schon begonnen und ich möchte die Prognose halt eigentlich immer schon vor Saisonstart bringen. Auf Platz 5 ist dann bei mir mit dem SC Paderborn erneut eine Mannschaft, die letzte Saison knapp hinter der Spitzengruppe gefinisht hat. Und zwar hat man dort mit Schallenberg allerdings den Kapitän und Schlüsselspieler im eigenen System an Schalke verloren und auch Justwan ist ein herber Verlust in die Bundesliga. Die Laien von Pieringer und Humphreys sind nach Top-Leistungen ebenfalls abgelaufen. Holen konnte man neben Top-Zugang Max Kruse, Bilbia, David Kinsombi, Essekwem und Grimaldi. Der Kader hat also auf der 6, würde ich sagen, an Qualität verloren, aber auf der 10 hinzugewonnen mit Kruse. Aber auch Muslia, den man halten konnte, ist da wirklich ein herausragender Spieler. Quasniok muss jetzt halt ein passendes System für den Kader finden, der meiner Ansicht nach nicht ausgewogen genug ist, um ganz vorne mitzuspielen, da trotz der individuellen Qualität von Max Kruse, zum Beispiel die 9er- oder 6er-Positionen qualitativ eben zu schwach besetzt sind derzeit, als dass es für den Aufstieg reichen könnte. Auf Platz 4 habe ich dann tatsächlich den KSC. Also Karlsruhe sehe ich wirklich weit oben mit dabei. Sie haben neben Mikkel Kaufmann nur Breithaupt vom Kader verloren, der aber zu großen Teilen letzte Saison auch schon verletzt war bei der starken Rückrunde und Gersbeck haben sie als Stammtorhüter verloren, wobei ich seinen Nachfolger Treves von Sandhausen ehrlich gesagt sogar als Upgrade ansehe. Mit Bornic, Bormut und Beifuß wurde der ohnehin gut besetzte Kader gut ergänzt, wobei auch die verlängerte Laie von Paul Nebel ein gutes Zeichen ist. Aber der krasseste Transfer ist halt einfach immer noch die Rückkehr von Lars Stindl, der sie einfach auf ein ganz neues Niveau hebt, denn Stindl ist ehrlich gesagt einfach noch ein Spieler auf gehobenem Bundesliga-Niveau, was man auch wieder im Test gegen Liverpool gegen Top-Gegner gesehen hat, sobald er da eben am Ball war und auch seine Vorlage, sein Tor, muss man gar nicht erst drüber reden, war überragend. Ich kann mir echt vorstellen, dass er den KSC im Aufstiegsrennen auf seinem Rücken trägt und letztendlich dann aber laut meiner Prognose knapp scheitern würde auf Platz 4, wobei das natürlich auch schon ein Erfolg wäre für den KSC. Rang Nummer 3 und somit für die Relegation spielberechtigt wäre bei mir zum dritten Mal in Folge der Hamburger SV. Kittel ist weg, den Stamm der Mannschaft hat man aber an sich halten können und wie gefordert nun auch in der Breite weiter verstärken können, neben Königstransfer Ferrei. Neu sind Öztunali, Ramos, Van der Bremd und Hatzika Dunic. Rein vom Kader müssen sie eigentlich jetzt hoch. Ich glaube trotzdem nicht dran, dass sie es direkt schaffen, wenn Wald halt eben weiterhin so stur an seinem System und seiner Spielweise festhält und tippe sie daher erneut auf Relegationsplatz 3, was nach dreimal Platz 4 in Folge, dreimal Platz 3 in Folge bedeuten würde. Der erste direkte Aufstiegsplatz und wir bleiben in Hamburg, denn da ist bei meiner Prognose der FC St. Pauli. Daschner und Kapitän Pakarada verlassen sie zwar in die Bundesliga, demgegenüber stehen aber auch namhafte Neuzugänge wie Hauke Wahl, Sinani, Treu, Albers oder auch Metz. Nach Platz 1 letzte Saison in der Rückrundentabelle und generell überragender Punkt der Ausbeute seit Hürzler im Amt ist, denke ich, dass man mit dem flexiblen Positionsspiel weiter erfolgreich sein wird und tatsächlich von Beginn an ganz vorne mitspielt und dann halt eben am Ende auf Platz 2 aufsteigt, laut meiner Prognose. Und genau jene Prognose liefert natürlich auch einen Zweitliga-Meister und ich denke mal, die meisten werden jetzt Bescheid wissen, denn es ist für mich wie auch für viele andere natürlich der FC Schalke 04. Für mich sind sie Aufstiegsfavorit Nummer 1, haben mit Reis einen Trainer, der bei Schalke nachweislich gezeigt hat, dass er der Richtige im Amt ist. Sie haben nämlich letztes Jahr in der ersten Liga eine starke Rückrunde gespielt, seit er eben im Amt war und mit ihm über die volle Saison wäre man wohl gar nicht erst abgestiegen. Dennoch musste man jetzt natürlich mit ihm den Gang in die zweite Liga nehmen, ich denke aber, sie werden direkt wieder nach oben gehen, da es sowohl Trainer- als auch Kaderqualität gegeben ist. Denn kadertechnisch hat man zwar Bülter, Salazar und die ganzen Leihspieler verloren, mit Schallenberg, Seguin, Tempelmann, Baumgartel, Müller und Lasme hat man aber auch Spieler geholt, die definitiv für das Niveau der zweiten Bundesliga ausreichen. Auch hier ist der Kader natürlich nicht perfekt zusammengestellt, aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel, aber im Vergleich zum Rest ist man dennoch am besten aufgestellt, gerade was das Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft betrifft. Das also soweit, meine Prognose zur Zweitligasaison 23-24 sind wir ja schon mittlerweile echt krass. Ich hoffe mal, sie hat euch gefallen. Lasst mir liebend gerne eure Prognose in den Kommentaren, da würde mich echt interessieren, das mal von vielen anderen zu sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!